Teil 25 Freundinnen Montag 10.12 Uhr Keuchend öffnete Chrissy die Tür des Cafés und sah ihre Freundin an einem Tisch für zwei sitzen. Madison winkte und sprang auf. Hi, sorry, ich bin an der falschen Station ausgestiegen, hechelte Chrissy und umarmte sie. K.O. Tin. Hallo, deine Kondition war auch schon mal besser. Madison musterte ihre japsende Freundin von Kopf bis Fuß und berührte ihre Haare. Das ist also die blaue Strähne, die eigentlich grün sein sollte. Nicht schlecht. Und einen farblich passenden Ohrring trägst du auch. Hey, der Ohrring am anderen Ohr ist grün. Unterschiedliche Farben? Ist das auf dem Festland gerade Mode? Womit wir schon beim Thema sind. Chrissy schnappte immer noch nach Luft. Du hast mich aus Edinburgh herzitiert, damit ich mit dir über Ohrringe quatsche? Da kaufe ich mir nach deinem virtuellen Hilfeschrei sofort ein megateures Bahnticket nach London. Setz mich in den nächstmöglichen übervollen Zug. Nehme in Kauf, ein paar Tage bei den Eltern meiner Mutter zu verbringen. Steh an einem Ferientag vor 12 Uhr auf und du willst mit mir nur über deine Juwelen reden, brauste Madison theatralisch auf. Du hast's erfasst, Chrissy grinste und betrachtete die Freundin. Grüne lebhafte Augen, britischer Leichentain, kupferrote Haare. Lass mich was bestellen und dann erzähle ich dir alles über meine Klunker. Ein älteres, ungarisches Ehepaar saß zwei Tische neben ihnen. Der Mann und die Frau schwiegen sich schon seit einer halben Stunde gemütlich an und beobachteten nun die Teenager. Was für nette Mädchen, dachte der ältere Herr. Die beiden waren vollkommen in ihr Gespräch vertieft und das ungarische Paar konnte sehen, dass emotionale Themen besprochen wurden. Die Wangen der blassen Rothaarigen röteten sich und ihre grünen Augen blitzten. Die Schwarzhaarige gestikulierte leidenschaftlich und warf ihre Locken nach hinten, deutete auf ihre Ohrläppchen und schmiss bei der nächsten ausladenden Bewegung beinahe ihren Kaffeebecher um. Ach, ist das ein wunderbares Alter. Man hat sich so viel zu erzählen, schwärmte die Dame. Eigentlich hatte sie sich Britinnen viel langweiliger und reservierter vorgestellt. Wie man sich täuschen konnte. Als die Mädchen ein paar Minuten später untergehakt mit zielstrebigen Schritten das Café verließen, plauderte das Ehepaar angeregt über die Jugend von heute und die schönen Zeiten von gestern. Britischer Adel Montag, 11.30 Uhr Madisons Großeltern wohnten in einer Seitenstraße des Queen Walks, in der Nähe des Buckingham Palace. Chrissy staunte nicht schlecht, als ein Butler die Tür öffnete. »Guten Tag, Madison. Guten Tag, Miss«, begrüßte er sie höflich. »Guten Tag, das ist Chrissy Gerber, meine Freundin«, stellte Madison sie vor. »Und das ist James Hillerton. Er managt das Leben meiner Großeltern.« Ein feines Lächeln schlich sich auf Hillertens Gesicht. »Wir begeben uns zuerst in die Bibliothek und halten uns hinterher in meinem Zimmer auf«, informierte Madison den Mann gestelzt. »Wünschen Sie ein kleines Lunch.« »Chris, wann müssen wir im Theater sein?« »Ich um zwei und du spätestens um drei.« »Ein kleines Lunch wäre schön. Sagen wir gegen eins.« »Selbstverständlich«, erwiderte der Butler beflissen. Madison zog die Tür der Bibliothek hinter sich zu. »Weißt du, hier kann man mittags nicht einfach in die Küche gehen und sich auf die Schnelle ein Sandwich machen. Wäre absolut gegen die Etikette. Es ist, als ob man in ein anderes Jahrhundert zurückfällt.« Chrissy blickte sich überwältigt um. Sie hatte ein Arbeitszimmer mit ein paar Bücherregalen an den Wänden erwartet, einen Raum, den man aus Gewohnheit Bibliothek nennt. Das hier verdiente allerdings den Namen. Die Bibliothek von Madisons Großeltern bestand aus drei großen Räumen mit Stuckdecken und hohen, mit altmodischen Stofftapeten tapezierten Wänden. Im hintersten Zimmer waren die Wände sogar mit Holz getäfelt und ein Kamin mit einer reich verzierten Einfassung spendete im Winter sicher wohlige Wärme. Zwei Sessel mit opulenten Polstern und eine noble Bar luden zum Verweilen ein. Holzregale mit mannigfaltigen Schnitzereien trugen kostbar eingebundene Bücher. Alles zeugte von auserlesenem und teurem Geschmack. »Pah, hier könnte man historische Filme drehen!« »Die Damen ziehen sich nach dem Dinner in die Bibliothek zurück, rauchen vor dem Kamin eine Zigarre und trinken einen Brandy«, wisperte Chrissy hingerissen. »Wir holen uns nur schnell die Bücher, von denen ich gesprochen habe, und dann nix wie raus. Die Bibliothek ist das Allerheiligste meines Großvaters.« Madison ging zu einem der Regale, fuhr mit dem Zeigefinger über die Buchrücken, stoppte und zog zwei Bücher heraus. Das Gästezimmer hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Madisons iPod, die Digitalkamera und ihr Rucksack wirkten fehl am Platz. Chrissy ließ sich auf einen der Stühle plumpsen, die über und über mit Schnitzereien versehen waren. Sie verzog das Gesicht. Die Federung des Polsters war extrem hart. »Sitzen kann man hier nur auf dem Boden.« Madison machte es sich im Schneidersitz auf dem Teppich bequem. Chrissy tat es ihr nach. Blue und Green transmäxten. Chrissys Ohrringe lösten sich in Luft auf. Madison blinzelte. Eine Millisekunde später landeten wie aus dem Nichts zwei Püppchen auf dem edlen Wollteppich. Madison hielt erschrocken den Atem an. Sie hatte ihrer Freundin die Story nicht wirklich geglaubt. Sie hatte die Scromics-Geschichte nur für einen Gag gehalten, um sie nach London zu lotsen. Ein Schauer kroch ihr den Rücken hinunter. Sie holte tief Luft. Eigentlich wollte sie etwas sagen, aber statt Worte kam nur ein kleines Krächzen aus ihrem Mund. Verwirrt starrte sie die beiden an. »Hallo, Madison. Mein Name ist Blue und das ist Green,« durchbrach Blue die Stille. »Äh,« Madison schloss für einen kurzen Moment die Augen. Die blaue Miniatur-Barbie hatte was gesagt. In lupenreinem Oxford-Englisch. So ein Quatsch. Das war nur eine akustische und optische Täuschung. Ein digitaler Trick, oder? Sie schlug ihre Augen wieder auf. In dem noblen Gästezimmer wirkten die Scromics so deplatziert wie der Weihnachtsmann auf dem Mars. »Hi, Madison. Chrissy meinte, dass du einiges auf dem Kasten hast. Man merkt es dir zwar nicht an, aber das kann ja noch kommen. Wolltet ihr nicht etwas in einem Buch suchen und finden?« Green deutete auf einen der dicken Chemieschmöker. Madison schluckte. Auf den Mund gefallen war das grüne Ding nicht. Sie rappelte sich auf. »Sorry. Hallo, ihr Scromicsk. Blei, ich wollte die Eigenschaften von Blei nachlesen. In Doc Roomies Bericht steht doch, dass euer Material vermutlich mit Blei verwandt ist.« Madison griff nach dem Buch. Sie legte sich beuchlings auf den Teppich und blätterte in den Seiten. Der Geruch des Papiers war vertraut. Alltäglich. Sie blickte auf. Green und Blue musterten sie abschätzend. »Pfh! In was für eine unglaubliche Geschichte war sie da hineingeschlittert?« Chris legte sich neben sie und schaute auch in das Buch. Eine Woge der Erleichterung durchströmte Madison. Vielleicht war die Geschichte verrückt, aber mit Chris zusammen nahm sie es auch mit einem blauen und einem grünen Alien-Zwerg auf. Blei ist ein Schwermetall und giftig. Und hier steht, Blei-Isotope besitzen die schwersten stabilen Atomkerne. Zumindest soweit bekannt. Das Isotop 208 besitzt einen doppeltmagischen Kern. »Was bedeutet doppeltmagischer Kern?«, fragte Chrissy. »Keine Ahnung!« Madison fand keine Erklärung des Begriffs und stöberte im nächsten Wälzer. »Hier steht was über magische Zahlen bei Atomen.« Ihr Zeigefinger glitt über die Spalten. Nachdem sie den Text viermal gelesen hatte, zuckte sie mit den Achseln. »Alles reine Theorie«, fuhr sie fort. »Aber ich versuche es zu interpretieren. Ein Atomkern besteht aus Neutronen und Protonen. Es wird angenommen, dass sich die Protonen im Atomkern zu Schalen zusammenfinden. Ist eine Schale vollbesetzt, spricht man von einer magischen Anzahl von Protonen. Der Atomkern ist bei dieser Protonenzahl sehr stabil. Poetische Wissenschaftler haben diesem Zustand den Begriff magischer Kern zugeordnet. »Aha!«, kommentierte Chrissy Lahm. »Genau. Und bei Neutronen kann das genauso sein.« »Also, ein Element mit doppeltmagischem Kern hat beides. Nur was sagt uns das?«, fragte Chrissy. »Naja, ehrlich gesagt, nicht viel«, antwortete Madison und wandte sich Green und Blue zu. »Wisst ihr, ob das Metall, in das ihr Transmax, einen magischen Kern hat?« »Unser Ziel war, das Material so kompakt wie möglich hinzubekommen. Der Stoff hat 126 Protonen und 184 Neutronen,« antwortete Green. Madison blätterte in dem Wälzer. »Sind beides magische Zahlen, aber laut unserem Periodensystem gibt es so ein Material nicht wirklich. Hier steht, es wird vorausgesagt, dass ein solches Element möglich ist, aber es sofort zerfallen würde.« »Die kannten euch noch nicht.« Energisch klappte sie das Buch zu. »Chris hat mich in euren Plan heute Abend eingeweiht. Er ist gut. Ich hab nen Vorschlag. Red braucht doch mindestens vier Stunden, um zu regenerieren.« Green nickte. »In der Zeit beschafft ihr aus dem Fundus des Labors einen Stoff, der mit Blei verwandt ist. Dieses Material platziert ihr in den Safe. Fertig.« »Was soll der Aufwand?« fragte Blue. »Nun, das Material wurde instabil und ist zerfallen.« Punkt. Damit können die Wissenschaftler den Fall Saturn ad acta legen. »Ist sicherer.« »Ich weiß, wovon ich rede. Mein Vater ist Physiker. Die sind extrem neugierig und geben sonst keine Ruhe,« antwortete Madison. Sie hatte ihre Fassung wiedergefunden und starrte Blue fasziniert an. »Woher könnt ihr so gut Englisch sprechen?« fragte sie einen Augenblick später. »Wir haben eure Sprache gescannt. Wortschatz, Grammatik und Aussprache. Es war nicht besonders kompliziert. Verbraucht auch nicht viel Energie.« »Wir brauchen Jahre, um ne Sprache zu lernen,« empörte sich Chrissy. »Bei uns ist das eher ein passiver Prozess.« »Geil, könnt ihr uns das nicht beibringen?« bat Chrissy. »Unser Denkapparat funktioniert etwas anders als das menschliche Gehirn,« lachte Blue. »Und euer Aussehen? Laufen auf Roxk alles so rum?« fragte Madison. »Nein. Transmexker wechseln ihre Gestalt beliebig oft. Hier vermeiden wir das. »Euch fällt es leichter, uns in einer menschenähnlichen Gestalt zu akzeptieren,« erklärte Blue. »Ihr könntet euch also im Notfall vor Feinden schützen, indem ihr in ne Stubenfliege, nen Aschenbecher oder sonst was transmäxt?« »Wäre bedingt möglich,« antwortete Blue ausweichend. Die Rothaarige war ganz schön neugierig. Sie hatte eindeutig das Zeug zu einer Wissenschaftlerin. »Und jetzt ne existenzielle Frage. Red hat doch keine Power mehr. Welche Form von Energie braucht ihr überhaupt zum Leben?« »Auf eurer Ebene ist sie leider nicht so reichlich wie bei uns vorhanden. Aber es gibt sie auch. »Gravitonen.« »Die Schwerkraft als Energiequelle?« Es klopfte an der Tür und eine Stimme teilte mit, dass das Lunch angerichtet sei. Das war Teil 25 von Scromax. Man um die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de www.Aufus- актив.com Vielen Dank.